Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Ankündigung meines zweiten Sonderprojektes, CapGo's Community Competition. Diese Ankündigung ist dazu da, um das Projekt im Allgemeinen bekannt zu geben und die Regeln genauer zu erklären. Zudem wird das Ende des Projektes angegeben sowie das eigentliche Datum des Projektstarts. Für die, die sich interessieren, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die Parts kommen, informiert euch in der Kanalinfo auf Twitter oder in den Tagesnews, um den aktuellen Uploadplan zu erfahren. Zur Beschreibung des Projekts. In diesem Projekt spiele ich mit oder gegen andere YouTuber Spiele oder spreche mit ihnen über andere Sachen. Abhängig davon, was ihr als Zuschauer vorschlagt, entscheidet ihr, wie das folgende Video mit dem jeweiligen neuen Co-Kommentator gestaltet wird. Pro Video wird ein anderer neuer YouTuber dazu geholt und das Ziel ist, mit so vielen YouTubern wie möglich, dieses Projekt zu bereichern. Zum Projekt sei jetzt alles gesagt. Nach dem letzten Part erwartet euch noch ein Pass-Off des Projektes, was nochmal alle witzigsten und besten Momente des Projektes zeigt. Die durchschnittliche Partlänge des Projektes liegt bei ca. 20 Minuten. Die genaue Länge ist abhängig vom jeweiligen Inhalt des Videos und der offizielle Projektstart ist am 01.09.2016. Das war's zur Ankündigung von Capcos Community Competition. Ich wünsche euch viel Spaß beim Projekts. Bis dann und auf Wiedersehen.